... ... ... ... ... ... ... ... ... So, eins ist das andere. 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 Vielen Dank. 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 Und das ist für die Kickers sein vorletztes Spiel. Vielen Dank. 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 Wie war die Vorbereitung für die Vorbereitung für die Vorbereitung für eure Mannschaft auf das Spiel? Weil das letzte Bundesliga? Ja, das ist für die Vorbereitung für die Vorbereitung für die Vorbereitung für die Vorbereitung und die Vorbereitung. Ja, das ist für die Vorbereitung, die Vorbereitung, die war ja auch schon, die hat sich die Vorbereitung, die war die Vorbereitung, die war ja auch noch ein paar Mal ist, das war ja auch noch eine sehr gut. Mannschaft in diesem Jahr stellt, also von daher keine Selbstverständlichkeit dann da mal eben auch auswärts zu gewinnen. Da haben sie viele die Zähne dran ausgebissen. Das ist richtig, weil Ingo hat, glaube ich, die beste Rückrundermannschaft in der A-Jugend und das Ziel vor Bayern München zu sein. Sie haben auch nichts abgeschenkt, sie waren voll engagiert gewesen, Ingo Schüller, und wollte mit aller Macht gewinnen, aber wir waren sehr gut eingestellt vom Hier haben wir Abdul Kerem Tracker im Zweikampf, ein Neuzugang von Kaiserslautern, der hat voll eingeschlagen, oder? Der Kerem kenne ich schon, den habe ich ja geholt, den kenne ich seit der Zähne-Jugend intensiv auf dem Volkbergkreis Laudern, der Kerem ist ein typischer Torjäger, der Kerem hat dieses Jahr, ich glaube, 12 oder 13 Tore gemacht, ich erhoffe mir halt nächste Saison, dass er auch noch weiter, mindestens diese Tore wieder schießen wird, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ist ein Brandgefährleistürmer. Das war kein klassischer Mittelstürmer, sondern eher jemand, der, wie man es jetzt heute aussieht, mehr über die Außenbahn. Der kann über die Außenbahn kommen, oder hinter den Spitzenspielen, das ist so ein typischer, ja, über die Außenbahn, oder letztendlich hinter den Zentralen. Seine Stärke liegt da, seine Stärke. Er hat den Rieche, muss man so sagen. Ja, das hat man auf jeden Fall gerade in der Rückrunde gesehen, da hat er gefühlt in jedem Spiel getroffen. Das war, genau. Das Nachwuchsleistungszentrum am Riederwald wird regelmäßig mit drei Sternen ausgezeichnet, die höchste Bewertungsstufe. Was macht die Nachwuchsarbeit am Riederwald aus? Oder was fehlt vielleicht auch noch? Ich habe auch gehört, dass es im Grunde den Wunsch gibt nach weiteren Plätzen. Ja, das ist also, wie gesagt, wir haben ein tolles Leistungszentrum bei uns, aber von den Plätzen her, oder von der Infrastruktur her, in erster Linie bräuchten noch weitere Plätze. Das wäre gut, zumindest einen Platz, einen weiteren Kunstrasenplatz müsste gebaut werden, um optimal trainieren zu können. Und auch von den Internatsplätzen wäre es besser, wenn wir eine größere Anzahl hätten. Wir haben momentan 13 Internatsplätze. Und da wäre es, wenn man die anderen Leistungszentren vergleicht, in Deutschland, die haben teilweise 30, 40 Internatsplätze. Ja. Das wäre gut, wenn wir in den nächsten Jahren da ein bisschen was verbessern könnten. Ja. Der angesprochene Akteur, Kerem Tschakka, der aus Kaiserslautern kam, ist einer der Akteure, der im Internat lebt. Wie kann sich das der Fan vorstellen? Wie ist das Leben im Internat? Ja. Kerem ist mit der Schule fertig. Kerem ist sein Tag ist aber slow, sodass er in der Woche noch 2-3 Mal vormittags trainiert. Ja. Intensiv in Dual-Training, Einzeltraining oder auch mit anderen Mannschaftskollegen, um da langsam vorbereitet zu werden, hoffentlich für den Profibereich. Der Ablauf an sich in einem Internat kann man sich so vorstellen, dass bei einer sogenannten Internatsmama, die morgens für die Jungs das Frühstück hinstellt, dass alle vorbereitet sind, dass die Sportler gerechte Nahrung bekommen. Und dann geht es zum Training, morgens, vormittags schon teilweise, bei den Jungs. Da blickt. Ja, du bist aus der 2-3-Jer. Das ist ein starker Schuss, unglaublich. Wie Schettin war das? Toller Schuss von Tschakka, den Tschettin. Tschakka hat bei uns einen Profivertrag, wird also ab Sommer bei den Profis sein. Der hat ja auch alle Nachwuchsgemeinschaften von Deutschland durchlaufen. Genau. Der Tschakka hat auch viele Angebote gehabt, wir konnten ihn halten. Leipzig war sehr aggressiv dran, wollte ihn verpflichten, nach der B-Jugend oder in der B-Jugend uns gelungen, ihn festzumachen. Und er ist ab Sommer bei den Profis dabei. Was sind so die Vorzüge bei der SGE, wenn andere Hochkaräter wie in dem Fall RB Leipzig auch Interesse an Spielern haben? Sind es dann die Perspektiven, die die Eintracht aufzeigen kann, die dann entsprechend Lust auf mehr machen? Ja, wir haben jetzt gerade eine enge Verbindung mit der Profi-Abteilung, mit dem Fredi Popic. Fredi Popic hat bei uns jetzt noch zugestoßen, der Marco Pacioli, seit anderthalb Jahren. Das ist ein ganz wichtiger Mann in diesem Bereich. Er ist für den Übergangsbereich verantwortlich. Die nächste Chance für Kickers Offenbach und der ist nicht ungefährlich, die nächste Ecke auch für Offenbach. Marco Pacioli, der im Moment Trainer ist bei uns, ist für den Übergangsbereich zuständig. Das heißt, dass er individuell mit den Jungs noch trainiert, separat mit den Talenten, dass er es anbietet. Dass, wenn die teilweise oben trainiert haben bei den Profis, dass die Trainingsteuerung richtig gemacht wird. Das ist das Hauptziel für uns. Und ich glaube, da haben wir einen Quantensprung gemacht in diese Richtung und Marco Pacioli macht das sehr vor Ort. Ja, der hat ja auch schon im Nachwuchsbereich einiges gesehen, war ja auch schon DFB-Junioren-Trainer von fast gefühlt allen Junioren-Mannschaften. Und da ist das 1 zu 0 für Kickers Offenbach. Schade, genau in der Phase, wo unsere Eintracht auf der anderen Seite die Riesenchance hat. Ansonsten hat Kickers Offenbach durchaus eine starke Anfangsphase geboten. Und dann durch einen Kopfball das 1 zu 0 für die Kickers. Aber wir befinden uns in der 23. Minute. Dementsprechend ist das Spiel noch ziemlich jung. Da ist noch einiges möglich. Da gucken wir auch nochmal rein in das Tor. Um auch nochmal genau zu erkennen, wer der Torschütze ist. Und dann der Kopfball. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das die Nummer 2 von Offenbach. Ein ehemaliger Spieler von uns. Ja? Ja. Marc Knopp. Also Marc Knopp. Ja. Muss man aber sagen, er war vollkommen frei. Also es war eine schlechte Abstimmung in unserer Appel gewesen. Für den. Hier haben wir es nochmal gesehen. Oh, alles klar. Dann war das ein kleiner Fehler meinerseits. Jetzt die Nummer 3, Visagashi, hat das Tor für Offenbach erzielt. Das ist aber kein Ex-Frankfurter. Das ist kein Ex-Frankfurter. Das ist kein Ex-Frankfurter. Ja, ein groß gewachsener Spieler bei der Kickers Offenbach. Hat sich im Kopfballduell durchgesetzt. Bei der Eintracht gibt es Nachwuchsmannschaften von der U10 bis zur U19. Wie sieht Ihr Aufgabenbereich als Nachwuchskoordinator aus? Haben Sie da grundsätzlich mit allen Jugendmannschaften Berührungen oder sind Sie da auf die älteren Jahrgänge fokussiert? Ja. Es sieht erstmal so aus. Ich leite mit dem Armin Graz das Leistungszentrum. Marco Bezzaioli ist dabei. Wir leiten das Leistungszentrum. Mein Hauptaufgabenbereich ist ab der U15 die ganzen Sichtungsmaßnahmen, die Scouting-Abteilung, die ganzen Vertragsgespräche mit den Jungs, dass wir die binden rechtzeitig, weil ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, dass teilweise die Abwerbungsversuche sehr groß sind von Vereinen wie gerade, die wir vorhin schon angesprochen haben, Leipzig etc. Wie oft kommt es bei der Eintracht vor, dass Spieler zum Beispiel aus dem Ausland verpflichtet werden oder aus ganz anderen Regionen Deutschlands? Ja, wir haben ja einige Spieler jetzt schon aus dem Ausland verpflichtet. In der B-Jugend mit dem Girelli, ein Torwart aus Juventus Turin. Mit Mason Judge, einem Spieler aus Amerika. und Georg Spirondico aus Zypern. Da haben wir drei Spieler verpflichtet. Bei uns in der U17. Ja, absolut. Also gerade auch der Amerikaner Mason Judge spielt inzwischen auch schon regelmäßig oder öfters, auch bei den A-Junioren. Das heißt, der Transfer, der ist voll aufgegangen? Ja. Der Mason hat eine überragende Rückrunde gespielt bei uns. Er war maßgeblich beteiligt, dass wir auch letztendlich den Klassen abgeschafft haben. Er hat dann zwei Jungs-Spieler gespielt. Ja. Generell ist es ja über die A-Junioren-Bundesliga schon ein wenig auffällig, dass immer mehr Amerikaner auch in die Liga reinkommen. Woran liegt das? Wird da gerade in den USA gute Arbeit geleistet im Nachwuchsbereich? Wird gute Arbeit geleistet. Die Jungs machen es gut in Amerika, muss man sagen. Und wie schwer ist es, rein vom Scouting her, Spieler aus den USA oder auch aus Italien zu entdecken und für die Eintracht zu gewinnen? Ja, das ist natürlich schwierig, weil im Scouting wird mittlerweile so gearbeitet, man kennt fast jeden Spieler. Bei uns in Profiabteilungen mit unserem Nachwuchsgeschäfts-Scout Ben Wanga, der kennt uns, der ständig unterwegs ist. Oder bei uns auch unser Nachwuchsgeschäfts-Scout Habit Misimi. Die sind alle unterwegs und beobachten die ausländischen Jungs. Aber das machen wir, das machen alle Vereine im Deutschland. Und ist es dann tatsächlich so, dass es auch durchaus das Ziel ist, die Spieler immer mehr in jüngeren Jahren zu verpflichten, weil sie dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich immer mehr an Wert gewinnen? Und dass der Spieler schon vielleicht mit, weiß ich nicht, 13, 14? Also die ausländischen Spiele darf man erst ab 16. Das ist also eine Begrenzung, ab 16 Jahren darf man erst ausländische Spiele verpflichten. Das ist auch gut so, sonst würde es anfangen schon viel früher zu gehen, dass Jungs dann mit 13, 14 angesprochen werden. Ja. Deswegen ist eine Altersbegrenzung sehr wichtig, dass erst mit dem 16. Lebensjahr ein Spiel aus dem Ausland verpflichten kann. Und hier auch aus dem EU-Bereich, ja? Jetzt werden Sie sicher fragen, wer ist ein Schatz? Er hat eine EU? Nein, er hat ein Land zu überlegen. Er hat einen englischen Pass. Stimmt, habe ich auch gelesen. Genau. Ja, jetzt verlängt er mal die Möglichkeit, aber Offenbach steht bis hierhin defensiv ziemlich ordentlich. Ja, man muss Kompliment machen, die Kickers machen es bisher sehr gut. Die 1-0 Führung geht auch in Ordnung, muss man fairerweise sagen. Aber ich hoffe, dass unsere Mannschaft noch kommt. Jetzt die nächste Möglichkeit für Offenbach, aber ja doch, der zweite Ball bleibt auch wieder bei Offenbach. Und dann der Schussversuch von sehr prominenter Name, Ronaldo dos Santos Ferreira. Ein Portugiese, hat in der Hessenliga bisher sieben Tore erzielt. Bevor sie kabern, habe ich auch erzählt, dass da ein, zwei Leistungsträger heute fehlen, wie beispielsweise ein Patrick Finger oder ein Nils Strindera. Die beiden Jungs haben auch Profi-Verträge unterschrieben und auf was können sich da die Eintracht-Fans freuen, wenn sie da mal zum Saisonstart zum Training gehen? Ja. Also Patrick Finger, der ist heute krank, der kann auch noch ein Jahr U19 spielen. Der ist jüngere Jahr. Ja. Der kann auch noch ein Jahr später in der U19 spielen. Und Nils Strindera erwarten wir einiges. Nils ist Kapitän in der U19, ist leider verletzt jetzt. Muss man gucken, wie die Reha verläuft. Aber der ist, ab Saisonstart müsste er wieder dabei sein bei den Profis dann. Ein talenteter Spieler. Ja. Gibt es da auch Parallelen zum Bruder? Zwei total unterschiedliche Spieler. Ja, okay. Der Nils ist für mich schon ein reiner Sechser, der von hinten raus organisiert, während der Marc mehr Achter, Zehner ist und da so eine Stärken hat letztendlich. Aber es sind beides hervorragende Fußballer, auch wenn es bei Marc momentan nicht so Leute braucht. Ja. Ja, jetzt vielleicht die Möglichkeit, aber gut abgelaufen. Dementsprechend keine Chance für Justin Kabuya. Sie sind, glaube ich, seit 25 Jahren bei der Eintracht. Mitglied schon seit 50 Jahren. Das ist richtig. Ich habe seit früher bei der Eintracht gespielt. Ja. Bis zur W-Jugend habe ich bei der Eintracht gespielt und bin seit 50 Jahren Mitglied. Ja. Ich bin seit 60 Jahren jetzt und bin seit 96 in der Leitung. Dann werden Sie sicherlich auch einiges erlebt haben. Ja. Und es gab ja dann, ich glaube 2004 die Revolution, dass die Nachwuchsleistungszentren eingeführt wurden. Wie viel hat sich in der Zeit verändert? Ach, viel. Sehr viel. Also das muss man sagen. Es war ein Quantensprung in den Leistungszentren. Das hat man gemerkt. Der deutsche Nachwuchsfußball war ja down. Ja. Und dann hat man diese Leistungszentren eingeführt. Und auch ganz mit den Zertifizierungen, was ich vorhin angesprochen habe. Und ja. Es ist einfach ein Quantensprung gewesen, wo wir dann im Nachwuchsbereich auch die Erfolge gehabt haben. Momentan sieht es etwas anders aus im Nachwuchsbereich. Weil die anderen Vereine auch aufgeholt haben. Ja. Gerade in Frankreich, England, die sind Spanien, Holland, Belgien, die sind etwas momentan führend im Nachwuchsbereich. Aber auch da gab es ja eine Delle. Ja. Und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren das wieder rauskommen und im Nachwuchsbereich in Deutschland wieder besser werden. Ja. Wir sind auch beim DFB, in der EU-Nationalmannschaft. Ja. Ich bin der Partner hier. Oh, ich habe mich schon mal drüber gesagt. Aber dann haben Sie sicherlich auch schon über die Jahre einiges gesehen, wenn es darum ging, wenn Spieler mit dem A-Union-Bereich fertig waren und dann im Herrenbereich gelandet sind. Sicherlich von Bundesliga bis hin zu vielleicht tiefer Amateurfußball hat es sicherlich schon die verschiedensten Werdegänge gegeben. Wie spannend ist das, Spieler im Nachwuchsbereich zu begleiten auf dem Weg entweder zum Profi oder grundsätzlich in den Herrenbereich? Es macht Spaß. Es macht einen riesen Spaß. Und Nachwuchsarbeit ist ein Traum, wenn man da mitwirken kann, die Jungs zu helfen, ihren Traum zu verwirklichen. Ja, das muss man sagen. Ich bin ja nur in der Leitungenleistung. Ich tue ja auch teilweise die Sichtung mit wahrnehmen. Und wenn ich dann überlege, jetzt so Spieler, wo ich eigentlich allein geholt habe, wie Christoph Reuss damals, der dann den Werdegang von Gießen bei Eintracht Frankfurt in der Profiabteilung bei uns gewechselt nach Leverkusen mit frühen Jahren zurückgekommen an den schweren Knobelschaden, dass er seine Karriere beenden musste. Das ist schon toll. Jetzt wieder als Teammanager bei Eintracht Frankfurt tätig ist. Das macht schon Spaß. Das macht Spaß. Aber auch die Jungs, die es nicht ganz geschafft haben im Profibereich. Die kommen immer wieder vorbei, zeigen sich. Heute mittlerweile selbst verheiratet haben Kinder und erzählen von großen Turnieren, wo wir daran teilgenommen haben, wie in Amerika, Dallas Cup und so weiter und so fort. Da wird von alten Geschichten gesprochen und das macht schon riesen Spaß. So eine Aufgabe, ja. Ja, nachher kommt auch noch der Anton Schumacher zu uns. Er ist ja der pädagogische Leiter bei der Eintracht. Wie wichtig ist diese Funktion im Nachwuchsleistungszentrum? Ja, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wir holen ja dann Kinder mit 15, 16 Jahren bei uns in den Internat. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da einen absoluten Fachmann haben. Der Anton Schumacher ist pädagogischer Leiter, hat aber auch selbst die A-Lizenz. Er war jahrelang Jugendtrainer bei uns gewesen und kann da beides gut verbinden. Er weiß auch, wenn er nicht so läuft, fußballerisch oder wenn er auch da ein bisschen Fachkompetenz hat und dann mit den Jungs auch mal solche Probleme ansprechen kann, austauschen kann. Es ist ja nicht immer einfach. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so einen Internat haben und holen gerade so einen 16-jährigen aus dem Ausland, der muss sich erst mal einleben. Genau, wir haben jetzt den so einen jungen Mann einen Top-Talent geholt. Da haben wir Glück gehabt, dass wir den hier bekommen haben. Aus Zypern, der kam jetzt im Januar zu uns. Ja, der aus Zypern kann sich vorstellen, kommt aus Zypern hier nach Frankfurt in die große, weite Welt von seinen Eltern weg. Das ist nicht so einfach, den Jungen zu integrieren im Internat. Das ist natürlich unwahrscheinlich schwierig, ja. Das braucht so eine große Chance für die Eintracht zum Ausgleich. Aber es bleibt zunächst beim 0 zu 1. Und da hoffen wir mal, dass es zu keiner Verletzung gekommen ist. Fynn Otto ist das, der am Boden liegt. Auch ein großes Talent, 17 Jahre jung, spielt mittlerweile seit fünf Jahren für die Eintracht, hat auch das ein oder andere Juniorenländerspiel für Deutschland bestritten. Ja, Fynn war auch, ist ja auch praktisch jetzt in den letzten fünf, sechs Spielen fest bei uns bei der A-Jugend, hat er immer gespielt. Er macht das sehr hervorragend. Er ist ja vom Alter her, er konnte noch 17 spielen. Er hat ja in dieser Spielzeit auch überwiegend für die B-Union gespielt. Er hat aber die letzten fünf, sechs Spiele beim unteren Marco Petzalolisch an der A-Jugend gespielt. Wir haben ihn hochgezogen und auch da Probleme hatten im Defensivbereich, weil einige Spiele ausgefallen sind. Er hat es hervorragend gemacht. Ich habe meine Recherchen entnommen, dass er früher mal bei einem Hallenturnier entdeckt wurde und sich dann im Probetraining durchgesetzt hat und dass er früher mal bei seinem Stadtteilverein Torjäger war und dann umgeschult wurde zum Abwehrspieler. Ja. Also solche Prozesse gibt es dann auch häufiger im Rahmen einer Nachwuchslaufbahn. Es geht immer eher selten, dass ein Spieler von hinten nach vorne eine Karriere macht, sondern eher von vorne nach hinten. Okay, das macht natürlich Sinn. Bitte? Es macht wahrscheinlich Sinn, dass man am Anfang auch Lust hat, vor allem vorne die Tore zu schießen. Ja, genau. Ja, die war auch von seiner Größe her, war das klar. Da war er vielleicht bei mir und manchen überlegen in diesem Bereich. Aber der Film macht das ganz hervorragend im Defensivbereich. Der Film macht das sehr stark gemacht. Stark gemacht von Chetin, Kabuja, Frankfurt bleibt im Ballbesitz. Das ist wieder Chetin und dann der Ballverlust. In der Breite ist die A-Union Bundesliga Süd-Süd-West schon eine ziemlich starke Staffel, oder? Da gibt es ja kaum kleine Teams, überwiegend Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga, ab und zu mal ein Ausreißer aus der Regionalliga, aber die sind dann meistens auch Vereine, die eine starke Vergangenheit hatten. Wieder aufgepasst, Cetin, bleibt dem Ball besetzt. Menechtos aus der 2. Reihe von Dejanovic. Dann rein für Florian Zorn. Ja, das habe ich nur am Rande mitbekommen, deswegen war ich auch gerade ganz überrascht. Hat sich der Zorn verletzt? Das habe ich auch nicht mitbekommen, das hat der taktische Mann. Im Halbfinale war er sehr erfolgreich, da hat er doppelt getroffen. Ja, und wir befinden uns hier in Erlensee und das ist ja sogar auch ein Kooperationspartner von euch. Was macht den 1. FC Erlensee aus? Top! Also Top! Mit Erlensee muss man sagen, das ist eine tolle Kooperation. Es macht Spaß hier, wir hatten vor kurzem einen Adler-Tag hier gehabt bei Erlensee. Also muss man sagen, mit Erlensee ist eine tolle Zusammenarbeit hier. Wir machen eine sehr gute Nachwuchsarbeit, Erlensee muss man sagen. Ich glaube, fast alle Spieler gehen nach Erlensee. Es ist ein bisschen spannend, aber alles gut. Und wir machen es wirklich gut und es macht Spaß mit Erlensee hier zusammensaufen. Und ab und zu gibt es ja auch mal das Duell zwischen der Eintracht und Erlensee beispielsweise für die U16, die in der gleichen Liga wie die U17 von Erlensee sind. Ja, damit jeder gewinnt. Da gibt es. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, Kabuya auf und davon mit der Riesenchance. Jetzt, Justin Kabuya war das, aber gut pariert vom Offenbacher Keeper Angelo Saban-Turntana. Das war eine gute Chance, gell? Ja, auf jeden Fall. Das war aus dem Spiel heraus sicherlich die beste Chance. Wobei der Schuss aus der zweiten Reihe von Cetin auch sehr, sehr stark war. Wir gucken hier nochmal rein und dann wird der Winkel ganz schön spitzt. Der ein oder andere Akteur aus auch beispielsweise der letztjährigen U19 ist in dieser Spielzeit verliehen worden. Wie habt ihr solche Spieler dann weiter auf dem Schirm? Wie wird das beobachtet? Wir sprechen hier von zwei Spielern. Das ist der Deji Bayreuther, der in Chemnitz ist, der sich leider schon verletzt hat. Der sich leider verletzt hat. Der ist noch, glaube ich, ein weiteres Jahr nach Chemnitz ausgeliehen. Der wird natürlich von der Profiabteilung beobachtet. Auch von Leuten natürlich, wie seine Entwicklung ist. Wenn das nicht in Kontakt sein mit den Trainern. Und der Knode ist ausgeliehen. Rippenried. Aber ist das grundsätzlich ein gutes Modell, um den Spielern, die Profiverträge unterschreiben, aber noch nicht die Spielpraxis bekommen, weitere Perspektiven zu ermöglichen? Die Spielpraxis ist das Wichtigste. Die Spielpraxis müssen die Spieler haben, gerade im Alter ist es wichtig. Und der Schuss aus der zweiten Reihe von Chaka, auch wieder repariert von Montana. Sehr gut gehalten von dem Profivert. Ja, jetzt ist es okay mittlerweile. Unsere Mannschaft ist langsam im Spiel. Aber das wird wohl in der nächsten Spielzeit dann auch in der A-Junioren-Bundesliga Süd-Süd-Süd-West ein heißes Duell zwischen der Eintracht und Offenbach. Denn, dass die Offenbacher aufsteigen, das ist ja sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, es sind ja noch zwei Spiele. Zwei schwere Spiele, auch gegen Elbester. Ja, nach meiner Information ist es nur noch ein Spiel. Aber vielleicht wissen Sie da auch mehr als nicht. Also bisher waren es immer zwei Entscheidungsspiele. Ich habe nur gesehen, dass Sie schon 25 Spiele bestritten haben. Nein, nein. Meister sind sie ja. Meister sind sie ja, oder? Ja, noch nicht ganz sicher. Ganz sicher, okay. Aber ich meine, ihr habt noch zwei schwere Spiele in der Aufstiegsrunde. Das wollte ich schon mit sagen. Okay. Und jetzt gibt's... Was ist? Ein wenig Unruhe gerade. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt auch wieder beruhigt. Das muss natürlich sowas nicht sein am Sportplatz. Ich cracked weiter. Ah also total. Jan spoon sz fan. Scheiße. Oh, Keirob. Ä chic, señor As vient. Hi man aber da hat gesagt, wa tenho auch viele Spiele? Das ist ein Kaffer, das ist ein Kaffer, das ist ein Kaffer. Das ist ein Kaffer, das ist ein Kaffer. Und dann steht der Eintracht noch eine heiße zweite Hälfte bevor. Ja, ich hoffe, dass unsere Mannschaft mit der Halbzehnsprache vom Trainer noch ein bisschen wachgerüttelt wird. Denn das ist der erste Halbzeit aber nicht gut, muss man so fairerweise sagen. Wir haben viel zu langsam gespielt, nicht aggressiv genug gewesen in den Zweikämpfen. Und naja, dann hoffen wir auf eine bessere zweite Halbzeit dann, gell? Absolut. Und das ist der Halbzeitpfiff. Kickers Offenbach führt mit 1 zu 0. Aber wir haben die zweite Halbzeit noch vor der Brust und da ist noch alles möglich. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wenn der ein oder andere Fan später eingeschaltet hat. Und wir zeigen euch die Highlights aus dem ersten Durchgang. Und dann freuen wir uns auf die zweite Halbzeit. Also da wird noch einiges geboten. Haar und Joren Hessen Pokalfinale in Erlensee. Und in dem Sinne, bis gleich! Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann die Chance für Makanda, der im Sommer aus Nürnberg geholt wurde. Auch ein sehr interessanter Spieler. Und auch bei uns im Internat, richtig guter Junge. Bisschen Verletzungsprobleme auch gehabt, aber heute auch auf einer etwas ungewohnteren Position. Normalerweise ganz vorne drin. Erste Halbzeit, glaube ich, im Mittelfeld, ein bisschen defensiver angefangen. Aber kann er auch. Ja, um nochmal auf die anderen Jungs zurückzukommen. Das ist dann schön, wenn man sich dann halt hier sieht, nach zum Teil vielen Jahren. Und ja, man gibt sich die Hand, man umarmt sich, man spricht über die vergangenen Zeiten. Man spricht darüber, wie es jetzt läuft. Fußballerisch, schulisch, auch die Eltern sieht man dann. Ah, schade. Der Schuss von Schaverdi Cetin. Auch eines dieser riesigen Talente bei der Eintracht. Ja, Schaverdi, Schaverdis Weg habe ich auch ganz eng verfolgen dürfen. Haben wir geholt aus Darmstadt damals zu mir auch in die U14 und hat da einen tollen Weg hingelegt. gekrönt dann durch einen Profi-Vertrag, den er erhalten hat, unterschrieben hat. Und das freut mich, dass er da jetzt ab Sommer sich zeigen, beweisen kann im Kreise der Profis. Ich hoffe, dass er seine Ziele dort erreichen wird. Ist dann der Kontakt, wenn dann der Spieler bei den Profis angekommen ist, im Kader, jetzt gerade in der neuen Saison, auch weiterhin da, dass der dann möglicherweise auch mental auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz zum Beispiel vorbereitet wird? Also ich denke schon, dass da viel gearbeitet wird in dem Bereich. Ich bin mir jetzt mit Marco Pezzaioli, auch jemand, der da sehr, sehr eng dran ist an der AG, an der Profimannschaft. Darüber hinaus haben wir mit der Schade. Ja, jetzt sind wir aber dran. Ja, auf jeden Fall. Das sieht sehr viel besser aus. Mit der Claire Schulz, eine Sportpsychologe seit letztem Jahr im Juli, die da auch im mentalen Bereich mit den Jungs arbeitet. Und natürlich geht es dann auch darum, wie verhalte ich mich, wenn ich hochgehe zu den Profis. Es ist ja jetzt nicht so, dass er noch nie mittrainiert hätte. Er war ja schon im Trainingslager auch dabei. So, dass es natürlich ein Stück weit Neuland ist jetzt ab Juli, aber ab Juni. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so, dass er davor eher furchtlich starren wird, der Junge. Und die nächste Möglichkeit für Kickers Offenbach. Und das war der Spieler, der auf den ziemlich starken Namen Ronaldo hört. Ronaldo dos Santos Ferreira. Ja, richtig. Ein Portugiesel, sieben Tore hat er geschossen in der Hessen-Liga. Genau, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Bruder eines ehemaligen Spielers, auch von uns. Djigorski heißt er. Und der Vater hat tatsächlich dem jüngeren Bruder, dem alten, nee, wie war es, drei Söhne, glaube ich. Und der zweite in der Rangfolge, der durfte sich dann die Namen aussuchen des dritten Sohnes. Und dann hat er eben eiskalt Ronaldo gesagt, weil das sein Idol war damals. Und ja, Vater hat Wort gehalten. Der Name verpflichtet jetzt natürlich ein Stück weit. Da ist er wieder. Oh. Gut. War alles gut gegangen. War wichtig, der Pfiff. In der Altersklasse geht es ja auch darum, den Schulabschluss zu machen. Ich habe zum Beispiel gehört, dass Laurin Stich beispielsweise sein Abitur erfolgreich absolviert hat. Inwiefern bist du dann da auch in die Prozesse involviert, wenn der Spagat zwischen dem Fußball und der Schule gestimmt werden muss? Ja, schon sehr stark involviert. Gerade jetzt beim Laurin ist es natürlich so, dass er auch bei uns im Internat beheimatet war, bis zum heutigen Tage sozusagen. Da ist man natürlich dran und ist ja im Austausch auch mit den Eltern, mit dem Spieler, mit dem Trainer. Wo können, wie, welche Zeitfenster geschaffen werden, dass sie das alles hinbekommen. Er ist auf unsere Partnerschule jetzt auch gegangen, auf die Karl-von-Weinberg-Schule. Ich will nicht sagen, ist gegangen, nämlich das mündliche Abi steht noch aus. Es sollte kein Problem sein. Er hat sich da gut vorbereitet und wird es auch schaffen. Aber er ist nach wie vor noch Schüler dieser Schule. Es gibt aber auch die Jungs, von denen hört und sieht man nichts, außer die Zeugnisse dann vielleicht. Und kann jedes Mal nur sagen, Respekt, wie du das machst, toll. Man hat dann aber nie irgendwas zu tun im unterstützenden Bereich. Also die gibt es schon auch noch, die einfach durchlaufen. Die sagen, Schule ist mein Ding, das regle ich schon und Fußball kriege ich hin, diese Doppelbelastung. Aber klar, mein Job besteht dann schon auch im Schwerpunkt darin, das zu koordinieren. Schule, berufliche Orientierung, Sport ist nicht immer ganz einfach. Aber wir haben einige gute Beispiele in der Mannschaft, die das hinbekommen haben. Auch der Tobi Steehl hat letztes Jahr schon sein Abitur gemacht. Auch mit dem schwierigen Modell G8, wo alles nochmal ein bisschen komprimierter war, hat er trotzdem super hinbekommen. Der Lerandro Weingärtner ist heute im Kader, hat sein Abitur gemacht. Der Daniel Dejanovic, ja, Lauren Stich wurde schon genannt. Und es sind noch einige, die es nächstes Jahr, dann tun wir wieder Max Hinke oder Jakob Engel. Und Chavez, nein, leider nicht. Und dann wird abgefiffen, da ein Spieler der Kickers auf dem Boden liegt. Ja, gegen Chavez hätte ich auch keine Lust, ins Kopfballduell zu gehen. War aber keine unfaire Aktion. Er ist ja an den Ball gegangen, Richtung Ball. Chavez Makanda kam vor ungefähr acht Jahren als Flüchtling nach Deutschland. Ja, aus Angola. Sein Bruder spielt ja auch sehr erfolgreich Fußball, der ist bei Mainz. Mainz 05 in der Jugend, genau. Chavez war beim FSV im Rhein-Main-Gebietes, dann nach Nürnberg, jetzt haben wir ihn wieder geholt. Ja, bei einem Beitrag in der Werdegang. Es war eigentlich schon ein ziemlicher Grupp, den auch zu verpflichten, weil er ja gerade bei Nürnberg eine Megatorquote hatte. Genau, genau. Er war als U17-Spieler da weit vorne in Torjägerliste, vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob er führend war. Ich glaube, er war zweimal knapp hinter Leon Dajacouf. Ah ja, genau, hat er ja gehört, hast recht. Ja, und hatte, glaube ich, in Nürnberg auch schon mit den Profis trainiert. Das eine oder andere Testspiel sogar absolviert, hat er mir erzählt. Das ist dann natürlich schon toll, wenn man so einen Jungen verpflichten kann. Ja, und ist auch noch ein Jungjahr gegangen. Genau, hat noch ein Jahr. Nächste Saison, um sich da auch weiterzuentwickeln, bevor es dann in den Herrenbereich reingeht. Also er sollte auch einer von denjenigen sein, die heiß sind, nächstes Jahr DFB-Vereinspokal zu spielen. Und da ist er wieder unterwegs. Frankfurt bleibt im Ballbesitz, technisch richtig gut und Ecke. Ja, starke Aktion von Alessandro Albanese, der mittlerweile eingewechselt worden ist. Ja, auch ein guter Junge, haben wir aus Hoffenheim verpflichtet. Hat auch schon Länderspiele für Belgien betritten. Für Belgien, genau, Belgien mit italienischen Wurzeln. Ja, ist eine überragende Technik, tolle Spielübersicht. Manchmal ein bisschen zuverspielt vielleicht, aber er kann einem da immer im 1 gegen 1. Oh, schade. Oh, dann die Kopfballchance für Laurin Stich. Schöne Ecke auch von Alessandro gerade wieder. Ja, Alessandro Albanese hatte auch, bevor er nach Deutschland kam, in Belgien gespielt, war bei Standard Lüttich, die sicherlich auch über eine gute Nachwuchsarbeit verfügt. Ja, kenne ich mich jetzt im Detail nicht aus, aber gehe ich einfach mal von aus. Belgischer Fußball ist ja aktuell sowieso. Die können nicht alles falsch machen. Aber das sind ja alles in allem. Wahrscheinlich spätestens so ab der B-Union Bundesliga, also ab der U17, richtig wichtige Jahre, bevor es dann in den Herrenbereich reingeht. Ist das dann auch vor allem dein Aufgabengebiet, die Spieler so Schritt für Schritt auf die Zeit nach der Nachwuchslaufbahn fortzubereiten? Ja. Es kann ja, wie du auch schon angedeutet hast, in verschiedene Richtungen gehen. Es kann ja auf der einen Seite die Profikarriere werden, wie bei einem Marc Stenderer zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass ein anderer Akteur dann nachher vielleicht nur irgendwo in der fünften oder sechsten Liga spielt und der Ball landet fast bei uns. Ja, absolut richtig. Also das ist dann halt immer die Frage der Prioritäten. Und ich sage den Jungs immer, ich lasse ihnen die Priorität Fußball. Ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn die sagen, das ist für mich aktuell das Wichtigste im Leben. Aber man kann ja auch zwei Dinge gut machen. Und Prio 2 sollte dann schon irgendwo der schulische Weg sein, beziehungsweise die berufliche Orientierung oder die Ausbildung. Und mein Ziel ist halt immer für die Jungs, es geht ja nicht um mich, sondern das Ziel für die Jungs, dass sie sich dann ruhigen Gewissens nach der A-Jugend vielleicht auch mal ein, zwei Jahre voll auf Fußball konzentrieren können, das wirklich austesten, wie weit kann es gehen. Aber eben in der Gewissheit, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich jederzeit eine Ausbildung beginnen, vielleicht sogar ein Studium. Und das versuche ich den Jungs auch klarzumachen, dass es nicht darum geht, irgendwie den erhobenen Zeigefinger da am Start zu haben und sie eben von Fußball abzubringen, sondern sie einfach möglichst breit aufzustellen. Das ist der gut gemeinte Ansatz. Was waren bisher so die schönsten Geschichten, die du miterlebt hast, wenn sich Spieler gerade aus dem Eintracht-Stall gut weiterentwickelt haben? Gibt es da verschiedene Beispiele? Ja, also natürlich muss auch ich ehrlich sein, denkt man dann schon erstmal auch an die, die es dann irgendwie geschafft haben. Ja, weil ich selber bin ja auch Fan und ich freue mich dann, wenn ich im Waldstadion sitze und dann die Jungs eingewechselt werden oder mal ein Spiel machen. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern an das erste Spiel von Marc Stendera, der unter der Woche noch bei mir sitzen und gesagt, ich bin nervös und krass und konnte das alles noch so gar nicht fassen, hat dann ein tolles Spiel gemacht. Das war damals das erste von Anfang an, jetzt müssen wir ja aufpassen. Die nächste Möglichkeit für Offenbach und das ist wieder technisch ganz fein und das ist dann tatsächlich sogar auch das 2 zu 0 und der Torschütze ist die Nummer 11, auf Deniz Husain-Basic, auch jemand, der in der Liga oft getroffen hat. Ja, leider gut gemacht, muss man anerkennen. Hier sehen wir das nochmal in der Zeitlupe, stark die Hereingabe und dann technisch gut veredelt. In der Liga, in der Hessen-Liga hat Husain-Basic 15 Mal getroffen und jetzt trifft er auch hier im Finale um den Hessen-Pokal. Gut, noch genug Zeit. Es war jetzt klar, dass Offenbach jetzt auch mehr Räume bekommt, damit die Eintracht nach vorne mehr investiert hat. Ja, gut gespielt vom OFC. Gute Halbestunde haben wir noch, also mit Nachspielzeit, von daher ein Anschlusstreffer und dann haben wir wieder eine ganz heiße Partie. So sieht es aus. Die Köpfe noch nicht hängen lassen jetzt. Ja, Marc Schneiderer, damals das erste Spiel von Anfang an, ich glaube sein Debüt war sogar gegen Bayern München, hat er mal 20 Minuten bekommen und das war auch ganz lustig, da hatten wir dann Zimmerkontrolle im Internat, ab und zu muss man da schon mal reingucken in die Zimmer der Jungs und da muss ich auch immer noch dran denken, wie da sowas Orangenes gefunkelt hat in der Ecke und ich mir nicht klar war, was ist das jetzt, sah ein bisschen komisch aus, ich berühre die Sache der Jungs normalerweise nicht, ist ja klar, aber das war dann doch so augenscheinlich, dass ich da hingegangen bin und habe das dann auf dem Boden ausgebreitet und das war dann das Trikot von Franck Ribéry, das war dieses weiße Bayern-Trikot mit den orangenen Adidas-Streifen. Und das war vor oder nach dem Spiel? Das war dienstags nach dem Spiel und das war so einfach für mich so ein Zeichen, ja, der will einfach kicken, der macht sich da nicht großartig was draus, der ist da auch nicht abgehoben oder sonst irgendwas, der hatte sich dann nach wie vor komplett dann auch für die Aufgabe im Jungenbereich. Super, ja, jetzt gerade. Gut, das Tackling von Jarvis, unser Ball. Ja, und das waren dann so Momente, wo man gedacht hat, ja, wow, jetzt hat man sie im Internat, am Wochenende kicken sie dann wieder für 50.000 und diesen Switch müssen die Jungs dann mental auch immer erstmal hinkriegen, ja. Luca Waldschmidt war bei uns im Internat auch jemand, der dann bei unseren Profis zum Einsatz kam, jetzt in Freiburg eine tolle Saison gespielt hat. Ist die Zuschauerzahl auch ein Thema bei der Vorbereitung auf den nächsten Schritt, wenn jetzt ein Akteur aus dem NLZ in der Bundesliga spielen darf und dann nicht mehr vor 200, 300 Zuschauern, sondern plötzlich dann vor 50.000 Zuschauern spielt? Also ich denke, es wird schon besprochen, es wird bearbeitet und häufig habe ich dann schon den Hinweis gehört, sowohl von Trainern als auch von, jetzt vielleicht auch im Mentalcoaching-Bereich, dass man sagt, oh, vor 50.000 ist es manchmal einfacher, weil es nicht so persönlich ist. Ja. an der Auslinie entlang husche als rechter Außenverteidiger und da werde ich vielleicht mal doof angegangen oder vielleicht sogar beleidigt, das ist immer sehr persönlich, man hört jedes Wort und vor 50.000 ist es dann eher mal so ein Raunen oder ja, dass man dem auch was, trotz des Nervenfaktors, was Positives abgewinnen kann, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist man da so vollgepumpt mit Adrenalin, da ist man ohnehin gut aufgestellt und verarbeitet das auch ordentlich. Hast du dann überwiegend mit den älteren Spielern aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu tun oder auch mit Jüngeren und wenn ja, wo fängt das dann an? Vereinzelt auch mit Jüngeren, im Großen und Ganzen ist es dann meistens schon ab der U15 Richtung U19, da wo das dann einfach sowohl fußballerisch als auch schulisch sehr, sehr anspruchsvoll wird und die Doppelbelastung wirklich da ein Thema wird, da muss man dann schon mal helfen, mal sprechen, mal den Weg zum Trainer vielleicht auch suchen, einfach den Eltern signalisieren, wir sind auch da, wir sind uns unserer Verantwortung auch bewusst und zusammen findet man dann schon einen Weg. Also der Schwerpunkt wird schon ab der U15 bis zur U19 gelegt, vereinzelt gibt es natürlich auch da drunter mal Fälle, wo man unterstützen will und muss, aber der Fokus liegt dann auf dem Leistungsbereich. Ja. Ja, schade. Und der Schussversuch von Shaverdi Cetin. Die Ecke übernimmt Cetin auch, der 2013 zur Eintracht gewechselt ist. Die meisten Akteure spielen ja schon seit vielen Jahren bei der Eintracht. Ja, es sind einige dabei, also jetzt Justin und Patrice, Kabuja seit der U10 oder U11, Daniel Dejanovic auch seit der U10, U11, ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, aber definitiv seit dem E-Jugend-Bereich ist es auch schön, wenn die Jungs dann diesen Weg gehen. Oh, abseits, ja. Wie schwer ist das, wenn man schon ganz früh bei der Eintracht spielt, zum Beispiel in der U10, U11, U12, ist es dann bis zur U19 zu schaffen? Ja, es ist, es gibt, für beide Wege gibt es Beispiele. Also wenn man sich jetzt anschaut, ein Sibi Jung, der jahrelang auch für unsere Profis gespielt hat, der hat diesen Weg auch gegangen seit der F-Jugend, über die U23 damals noch zu den Profis, ein Cenk Tosun, der mittlerweile beim FC Everton spielt in der Premier League, auch seit der F-Jugend durchgegangen. Hast du den auch noch miterlebt? Den habe ich miterlebt, ja, als A-Jugendspieler noch, ich war damals Co-Trainer der U15 beim Samad El Mesaoudi und Cenk war A-Jugendspieler beim Slaven Skjelicic, der mittlerweile Co-Trainer von Miro Klose ist bei Bayern in der U17, gegen die wir übrigens am Samstag spielen mit unserer U17. Genau, heißt das Spiel nochmal zum Saisonabschluss, da kann der dritte Platz fest fixiert werden. Genau, das war ja auch eine schöne Platzierung einer guten Saison. Bayern ist glaube ich schon qualifiziert für die Endrunde, steht schon als Meister fest. Ja, der Vorsprung trägt da sechs Punkte auf den zweiten, auf dem Heim. Das heißt, da hat dann auch in dem speziellen Fall der Miro Slav Klose anscheinend ganz gute Arbeit geleistet. Ja, darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, viele stellen sich das so vor, Miro Klose, Rekordtischschütze der Weltmeisterschaften, ehemaliger Nationalspieler, alles gewonnen, was es so gibt auf der Welt. Und der macht das dann halt mal so nebenher, so eine Kindermannschaft, so ist es eben nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass sie da mit einem Slaven einen Experten einfach ihm an die Seite gestellt haben, der ihm da mit Sicherheit auch sehr, sehr wertvolle Tipps geben konnte. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, haben sie ihm jetzt die A-Jugend angeboten und er ist sich dann noch nicht mal sicher, ob er das jetzt machen will. Also er scheint das Ding auch mit Respekt anzugehen und mit Demut. Er ist anscheinend nicht der Typ, der sagt, ja, ich gehe jetzt einfach mal durch und will in zwei, drei Jahren die Profis trainieren. Finde ich gut, dass er so die Einstellung hat, dass es ein Beruf, den man auch von der Pike auf lernen muss. Absolut. Man sieht es ja auch bei vielen Bundesliga-Trainern, dass die Arbeit in der A- und auch B-Jugend Bundesliga im Grunde auch eine sehr, sehr gute Vorbereitungsmaßnahme ist, vielleicht auch für irgendwann mal den nächsten Schritt. Also die Jungs, die jetzt gerade aus den Bereichen kommen, sind ja überwiegend durchaus erfolgreich. Ja, das ist richtig. Also da werden nicht nur Spieler, sondern auch Trainer ausgebildet, wenn man so möchte. Definitiv, ja. Also gerade so eine A-Jugend ist ja dann häufig ein Sprungbreit, auch für Trainer. Ob das jetzt Thomas Tuchel war oder Domenico Tedesco, Nagelsmann, Wolf, der jetzt in Hamburg entlassen wurde, aber auch erstmal sehr erfolgreich war. Klar, weil auch der Unterschied einfach technisch-taktisch-athletisch kleiner geworden ist. Leider berechtigt die gelbe Karte. Gelbe Karte für Makanda in dem Fall. Ja, bevor das Mikrofon an war, hatte ich das schon mal ganz kurz thematisiert. Wie schwer ist das für die Mannschaft nach einer vermeintlich abgeschlossenen Saison? Jetzt war ja kurzfristig ein wenig Sendepause. Für Offenbach ging es ganz normal im Liga-Betrieb weiter. Heute wieder voll da zu sein? Richtig. Ja, es ist schon schwer. Also ich glaube gerade für unsere Jungs, gerade die, die im zweiten Jahr A-Jugend sind, haben jetzt natürlich auch neue Aufgaben. Schon vor der Prost wissen zum Teil, wo es hingeht. Wissen, dass es hier das letzte Spiel heute, während der OFC halt noch voll im Rhythmus ist. Dass dann die Aufstiegsrelegation wahrscheinlich noch vor der Brust hat und da ein Highlight quasi das nächste gerade jagt. Sodass ich da schon einen mentalen Vorteil bei den Kickers sehe. Wobei wir natürlich trotzdem die Qualität haben und ich auch nach wie vor die Hoffnung nicht aufgegeben habe. 20 Minuten sind es noch. Umar, Saho gerade eingewechselt, wenn ich es richtig sehe. Die 12. Ja, tatsächlich. Spielt seit einem Jahr in Frankfurt, kam im letzten Sommer von Würzburg, hat aber auch schon mal bei Greuther Fürth gespielt und ist in Spanien geboren. Ja, auch schon ein bisschen rumgekommen, der Junge. Ja. Jetzt zu Schalke 04 wechseln in die U23, wenn ich richtig informiert bin. Ja, das hat mir der Holger Müller auch erzählt. Genau. David Siebert auch neu auf dem Feld, meine ich. Nummer 13. Genau, auch jemand, der seit der U15 bei uns spielt. Markander, jetzt spielt er mal seine Stärken aus. Und der Ball bleibt hängen nach der Reingabe von unserem belgischen Spieler. Ja, David Siebert auch jemand, der den Weg über einen unserer Kooperationspartner gefunden hat, TSG Wieseck, Gießener Raum. Hier sind wir auch beim Kooperationspartner sozusagen zu Gast. So, dass man schon immer den einen oder anderen dann wiederfindet aus diesen Vereinen bei uns. Wie viele Mitarbeiter hast du in deinem Team, um deiner Arbeit nachzugehen? Also hauptberuflich haben wir anderthalb, sage ich mal. Die Krasula Dich, unsere Internatsmama, nenne ich sie mal. Die einfach den weiblichen Blick da auf die Jungs hat und da mit Rat und Tat zur Seite steht. Und auch die alltäglichen Dinge des Lebens ein Stück weit organisiert und managt und da unter die Arme greift. Also Frühstück morgens bereitet sie vor, Wäsche, Einkäufe, alles was es da eben zu berücksichtigen gibt. Da haben wir einen Raphael Franzisco, der viel fürs Internat macht, aber auch in der anderweitigen Organisation des Leistungszentrums tätig ist. Darüber hinaus haben wir Karl Rotter, der aktuell unsere U13 noch trainiert. Der sich ein bisschen um die Nachhilfe, die Koordination der Nachhilfe kümmert. Da sind dann auch fünf, sechs Nachhilfelehrer, die bei Bedarf dann eben an den Riederwald kommen. Und dann haben wir natürlich noch sechs Nachtdienstler, die eben Ansprechpartner sind für die Jungs ab abends um 20.30 Uhr, 21 Uhr. Ja, die gucken, dass die Schäbchen auch alle zusammen sind am Abend, dass in der Nacht jemand da ist, sollte irgendwas sein. Das sind auch nochmal sechs Nebenberufler. Wie ist die Stimmung alles in allem am Riederwald? In Bezug jetzt aufs Internat? Ja, generell für die ganze Nachwuchsarbeit, da habt ihr doch sicherlich ein Team, mit dem ihr da akribisch an euren Plänen arbeiten könnt. Absolut, also das sind ausschließlich, möchte ich sagen, motivierte Arbeiter, motivierte Mitarbeiter, qualifizierte Leute, die wirklich brennen, auch für den Verein. Viele, die auch schon lange Fans sind und die da dementsprechend mit Herzblut zu Werke gehen. Ob das der sportliche Bereich ist, der pädagogische, der psychologische, ist ja ein sehr, sehr großes Feld mittlerweile geworden. Organisation, Administration, Athletik, es ist schon sehr, sehr viel und sehr umfangreich geworden. So, und der nächste Wechsel bei der Eintracht. Florian Zorn kommt, meine ich. Ich glaube, der war schon in der Startformation. Richard Patrice ist raus. Und Justin ist raus. Und ich kann mich ja nicht so controversy machen. Der kann nicht fluoresce. Oh, ey. Josefikski! Josefik. Josefikski! 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 Aber ich glaube, du hast tatsächlich recht, dass Zorn im Spiel ist. Ja, ne, ich meine, macht doch Sinn, dass er für den Justin ganz vornherein im Sturmzentrum gab es wahrscheinlich vorm Spiel nochmal einen Wechsel, weil normalerweise handhaben wir das schon so 1 bis 11, aber in dem Fall scheint es anders gewesen zu sein. Gut gemacht vom Floor. Ja, und die Reingabe ist auch stark und dann die Riesenchance für Abdulkerim Csaka. Das ist von Alessandro Nummer 1. Den erwischt er nicht so richtig. Aber sie bleiben dran. Sehr schön. Da war etwas zu weit von Alessandro Albanese, der sich ja sehr gut mit Abdulkerim Csaka fürstehen soll. Das ist richtig, ja. Die haben sich gesucht und gefunden, so gefühlt. War dann irgendwie schnell klar, nach zwei, drei Tagen, dass die gerne zusammen sind und haben sich dann auch monatelang ein Zimmer geteilt, bevor Alessandro dann in eine unserer WGs ausgezogen ist. Aber da haben sich zwei gefunden, das stimmt. Und bei Offenbach ist der aus der Liga beste Torjäger Giuseppe Signorelli ausgewechselt worden. Der wird sicherlich top motiviert gewesen sein gegen die alten Kollegen, aber ihm ist heute kein Treffer gelungen. schön nach innen gezogen. Das ist natürlich immer ein gutes Mittel, als Innenverteidiger mal anzuschieben. Gibt es zumindest kurz mal Verwirrung und keiner weiß so ganz, wer ist jetzt zuständig. Das ist natürlich auch mit Risiko verbunden, dann nach hinten. Aber das Risiko müssen wir jetzt langsam auch gehen, denke ich. Absolut. Die Schlussviertelstunde läuft im Hessen-Pokalfinale. 2 zu 0 für Offenbach. Ein Anschlusstreffer würde dem Spiel gut tun. Und der Kopfball von Laurin Stich. Normalerweise ist ja der, wenn man so will, kleine Stendera, Nils Stendera, der Kapitän der U19. Ist das einer mit Führungsqualitäten? Also nicht in dem Sinne, dass er jetzt hier ein Lautsprecher wäre, das nicht. Aber durch seine Art, Fußball zu spielen, gibt er einfach den Takt vor und dann hat man automatisch, denke ich, auch eine Führungsqualität. Und ja, er würde uns schon gut tun heute, ganz klar. Ist ein sehr strategischer Spieler, wie man so schön sagt. Den Rhythmus bestimmen kann. Und ja, durch einen Pass, durch eine Spielverlagerung, durch eine Geste dann auch mal ein Spiel in eine andere Richtung lenken kann. Ja. Du hast ja vorhin schon mal ein paar Anekdoten zu Marc Stendera erzählt. Bist du da an der Entwicklung von seinem Bruder Nils Stendera auch ähnlich nah dran? Auf jeden Fall. Fast sogar noch ein bisschen näher. Dadurch, weil er im Gegensatz zu Marc, Marc ist ja erst zur B-Jugend, also als U16-Jahrgang zu Eintracht gekommen. Hat dann schon U17 gespielt. Aber während der Nils tatsächlich schon in der U15 zu uns kam und ich ihn jetzt dementsprechend auch, ja, viereinhalb Jahre begleiten konnte im Internat. Er ist dann ausgezogen in eine eigene Wohnung im Frühjahr, sodass ich das auch ganz eng verfolgt habe, auch mit den Eltern immer im Austausch war. Und das sehr, sehr spannend finde, wie es jetzt weitergeht bei ihm. Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Und jetzt glaube ich, das heißt glaube ich, er wurde an der Leiste operiert. Ich hoffe da auf einen schnellen Genesungsprozess und dass er da auch bei der Vorbereitung der Profis voll einsteigen kann, um sich da von der besten Seite zu präsentieren. Das ist natürlich eine immense Schnelligkeit. Schade, aber was da athletisch vorhanden ist, hat er mal kurz aufblicken lassen. Das ist eine der Qualitäten von dem Fall Patrice Kabuya. in der wir gespielt haben, der gespielt hat. Ja, das ist eigentlich bei der letzten Länderspielphasen, dann mitunter sehr ruhig, der Niederkampf hat. Der ist die Frau in der Dienste drauf, aber, der ist das ein guards kümmert. Ich wollte nicht. Das ist eigentlich bei den letzten Länderspielphasen, dann mitunter sehr ruhig bei euch gewesen. Also gerade die U17 stellt ja auch viele Nationalspieler und das auch aus den verschiedensten Ländern aus den USA, Serbien, Griechenland, Türkei, Marokko, Südkorea, Slowenien, Zypern, natürlich auch Deutschland. Das ist schon auch eine große Auszeichnung für die Spieler, wenn es dann zu den Mannschaften dürfte. Das ist eine Ehre und wir unterstützen das prinzipiell auch, wenn das nicht komplett gegen unseren Spielplan irgendwie läuft. Weil wir natürlich mit diesen Erfahrungen dann auch zurückkehren. Daran auch wachsen und ein Stück weit reifen. Ja, natürlich ist es im Trainingsbetrieb dann ein bisschen ruhiger, aber es geht ja auch dann immer weiter. Dann werden dann die U16, U17 häufig dann auch mal zusammengelegt, dass da die Trainer sich einen Überblick verschaffen können. Also die Jungs, die zu Hause bleiben, die werden natürlich trotzdem weiter gefordert und arbeiten da auch weiterhin auf hohen Niveaus. Findet das ein oder andere Testspiel dann auch statt, sodass das jetzt keine Pause in dem Sinne ist, dass die Jungs die Beine hochlegen oder wo man mal sagt, jetzt könnt ihr euch auf die Schule konzentrieren. Die werden auch sportlich schon immer noch austrainiert. Aber klar war, glaube ich, in den letzten Jahren immer ein relativ großes Thema, dass es dann im Frühjahr irgendwann einen Cut gab in der U17-Bundesliga von bis zu vier Wochen und dann irgendwie nur noch zwei Punktspiele hinten rausgespielt wurden. Und ich meine, nächste Saison wird das berücksichtigt im Rahmenterminkalender so alles gelegt, dass im April das ja erledigt ist, der Punktspielbetrieb, danach die Länderpokale anstehen, aber man da in der Saison keine so große Pause hat in der Punktspielrunde. Hast du auch viel mit Spielern zu tun, die aus anderen Ländern nach Frankfurt kommen, um sie bei der Eingewöhnung in unsere deutsche Kultur zu unterstützen? Also wir haben jetzt Jungs aus dem Ausland, wir haben den Mason Judge, der, glaube ich, auch von Eintracht TV schon mal begleitet wurde, der aus Florida kommt ursprünglich, der wohnt bei uns im Internat, wir haben den Giulio Girelli, der bei den Profis auch schon im Trainingslager war im Sommer, den Torwart, den wir von Juventus Turin geholt haben, den Italiener, den Jorgo Pontico als Cypriot. Dementsprechend ist es natürlich die Aufgabe dann zu sehen, dass die möglichst schnell klarkommen. Um dann die Sprache auch schnell zu erlernen und da kulturell klar zu kommen. Und hier gibt es die nächste gelbe Flate, beziehungsweise fünf Minuten. Übertrieben meiner Meinung nach, weil der Ball viel zu weit vorgelegt war, dass wir niemals zu einer Torchance gekommen sind. Aber war auch schon hartes Tackling leider. Spielt uns natürlich nicht in die Karten jetzt. Für den Otto. Also,活 dich losstars über quiere müssen. Heil? Wie heißt du eigentlich die Europa- Pokallieg-Saison verfolgt, warst du auch bei Spielen auswärts mit dabei? Ich war in Mailand gewesen und Heimspiele habe ich mir alle vor Ort ansehen dürfen, war natürlich, klar, auch für mich ein Highlight. Wie gesagt, ich bin jetzt pädagogischer Leiter des Leistungszentrums, das ist das eine, aber ich bin in erster Linie auch Fan und zwar seitdem ich fünf Jahre alt bin. Und die nächste Chance für Offenbach, der Schuss aus der zweiten Reihe von Edmund Latifi, der 2017 von Mainz 05 kam, auch schon bei Wien bis Baden gespielt hat und sechs Tore für die Offenbacher in der Hessenliga erzielen konnte. Ja, und insofern war die Auswärtsfahrt nach Mailand natürlich schon noch ein Highlight für mich. San Siro ist ja schon so ein Mythos, den ich immer verfolgt habe. Und ja, ich glaube, der erste FC Köln, die Fans haben so ein Lied, eines Tages wird es geschehen und dann fahren wir nach Mailand, um den FC-Spielen zu sehen. Und ja, bei uns war es dann soweit. Ja, das war natürlich Wahnsinn da mit 14.000, 15.000 Frankfurtern, die Autobahnen voll und überall. Nur schwarz-weiß-rot, gut gelaunte Leute. Der Sieg dann dort auch noch, das war schon Gänsehaut. Ja, die Eintracht hat ja über die Saison hinweg nicht nur in Deutschland, auch in Europa ziemlich begeistert. Merkst du das auch bei deiner Arbeit, dass das Ansehen nochmal in der Phase auch rein aus emotionalen Gründen gestiegen ist? Das hat ja alle mitgerissen. Ja, definitiv. Genauso kann ich es auch nur bestätigen. Ich habe da Nachrichten bekommen aus ganz Deutschland, wo ich irgendwann mal vielleicht irgendwo mit einer Mannschaft beim Jugendturnier teilgenommen habe. Ja, die Leute, die da noch meine Nummer hatten, waren so Wahnsinnsabende und danke für diese. Als ob ich persönlich was damit zu tun gehabt hätte. Nein, aber war schon, ja, war man so auch nicht gewohnt. Also wie unsere Fans immer so schön singen, keiner mag, uns scheißegal. Ja, damit musste man auch erstmal umgehen lernen, dass alle so angetan waren. Völlig zu Recht natürlich auch, weil das schon eine enorme Leistung war von den Rängen und natürlich auch unten auf dem Spielfeld. Wie habt ihr im Internat die Spiele verfolgt? Gab es da auch kleines Public Viewing oder wie habt ihr das gemacht? Gut, die Jungs schauen immer Fußball zusammen. Also unser Bildschirm ist eigentlich immer grün, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wie das halt so ist mittlerweile. Montags zweite Liga, Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euroleague. Abends läuft Fußball und das ist ja auch gut so in einem Fußballinternat. Und natürlich haben die Jungs das dann auch mitbekommen und sich gefreut und sich da mitreißen lassen. Aber auch da ist, und da verfolgt man das natürlich auch aus der Jugendbrille und gerade weil ich Mailand angesprochen hatte vorhin, da hatte der Marc, glaube ich, auch nochmal 20 Minuten, Marc Stendera, die ja reinkam, das sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Und da freut man sich doppelt. Tobias Stierl ist ja auch ein richtiger Frankfurter, kam vor vier Jahren vom FSV. Ja, wohnt in Dreieich, glaube ich, also wirklich hier aus der Rhein-Main-Region beim FSV auf sich aufmerksam gemacht, zu uns gekommen. Auf der Bank sitzt auch noch ein Riesentalent mit Felix Irorere, ein ziemlich groß gewachsener Abwehrspieler, 1,96 Meter groß, auch noch ziemlich jung, 16 Jahre jung. Kann also auch noch für die B-Junioren-Mannschaft spielen, hat das auch ab und zu gemacht, aber überwiegend kam er in dieser Spielzeit schon für die A-Junioren zum Einsatz. Auch so ein richtiger Frankfurter Bub, ist zwar in Frankreich geboren, aber dann in Frankfurt aufgewachsen und das ist auch einer, dem bei der Eintracht viel zugetraut wird, oder? Absolut, ja. Wohnt im Gallus, also wirklich Frankfurt, der Junge, geht auf unsere Kooperationsschule, Karl-von-Weinberg-Schule, macht dort sein Abitur, also ist auch da auf einem guten Weg. Ihn durfte ich auch begleiten in der U14 als Trainer und habe dadurch hautnah mitbekommen, was für eine tolle Entwicklung er auch gemacht hat, auch im koordinativen, technischen Bereich. Das ist nicht immer ganz so einfach, wenn man in jungen Jahren schon so groß ist, also er war damals, glaube ich, schon 1,90 in der U14 und ist jetzt 1,95, 1,96 und wenn man so einen Körper dann natürlich irgendwann koordiniert bekommt und einzusetzen weiß und die Athletik dazukommt und die Erfahrung und die Technik, dann ist das natürlich jemand, der auffällt, wenn er spielt und an dem wir noch viel Freude haben werden. Das hoffe ich und davon gehe ich eigentlich auch fest von aus. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Der Patrick Finger, der auch einen Profi-Vertrag besitzt, der hat auch mal ein einjähriges Praktikum auf der Eintracht-Geschäftsstelle absolviert. Wie oft kommt so etwas vor? Das kommt hin und wieder vor. Beim Patrick waren wir bereit, das auch zu ermöglichen, wobei wir ganz bewusst auch sagen, prinzipiell sind wir jetzt keine Fans davon, weil wir sagen, es tut euch auch mal gut, rauszukommen, was anderes zu sehen und einen wirklich realistischen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen. Der ist bei uns auch gegeben, so ist es jetzt nicht gemeint, nur dass sie eben nicht nur dann Eintracht den ganzen Tag haben, sondern ruhig mal das Leistungszentrum verlassen und sich anderweitig umschauen. Absolut, das kann ich mir auch spannend vorstellen für einen Spieler, auch mal das Innenleben vom Verein kennenzulernen. Das ist ja dann nicht nur auf dem grünen Rasen, da passiert ja auch im Hintergrund, das weißt du ja nur allzu gut, eine ganze Menge. Richtig, er war zu der Zeit, hat er auch bei mir im Internat gewohnt, sodass die Wege kürzer hätten nicht sein können für ihn dann. So, jetzt ein ganz schnelles Tor noch, dann ist vielleicht noch was drin. Hoffentlich. Schade. Wie viele Spieler werden nächstes Jahr von der U17 in die U19 stoßen? Also ich brauche jetzt keine genaue Zahl, aber wird das ein großer Teil sein, dass von den vielversprechenden Jungs da einige dabei sind? Genau, die vielversprechenden Jungs haben ja ohnehin auch Verträge und dementsprechend planen wir mit denen langfristig, sodass es punktuell mit Sicherheit Veränderungen geben wird. Aber der überwiegende Teil der A-Jugendmannschaft nächstes Jahr, den wird man schon kennen aus der U17. Ja. So, weil es da auch keinen Grund gibt, wenn die U17 dann eine tolle Runde spielt, höchstwahrscheinlich Dritter wird vielleicht jetzt am Wochenende, dann ist ja da auch eine gewisse Qualität vorhanden, die weiter gefördert werden sollte. Ja, und vielleicht seid ihr dann ja auch mit der U17 die einzige Mannschaft, die möglicherweise die Bayern zweimal schlagen kann. Das war natürlich schön. Ich meine, 2-0. Ich glaube, die erste Niederlage in der Saison, die die Bayern zerleiden hatten. Ja, war ein tolles Spiel da auf dem Bayern-Campus. Der auch nicht schlecht ist, ne? Richtig. Ja, da geht es natürlich unseren Mannschaften so wie heute Kickers Offenbach. Das ist dann eben, ja, für unseren Highlight, wenn man da auftritt, wenn man da merkt, man ist ebenbürtig sogar besser und dann 2-0 gewinnt, sind das natürlich die Momente, die man so im Rückblick auch, ja, an die man sich gerne erinnert. Gibt es eigentlich perspektivisch die Möglichkeit, das Internat zu vergrößern, weitere Zimmer, weitere Plätze für Spieler anzubieten? Wie weit seid ihr da? Also, ja, es besteht auf jeden Fall die Vision und das ist das Bestreben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die aktuell geprüft werden, sodass ich zuversichtlich bin, dass sich da mittelfristig auch was tut. Wobei wir auch sagen, dass unser Modell jetzt auch nicht das schlechteste ist. Es ist das Modell mit den wenigsten Plätzen zurzeit in der Bundesliga, aber es hat auch Vorteile. Wir haben ein familiäres Umfeld, das sind alles Jungs bei uns, das sind keine Nummern. Wir kennen sie, wir kennen die familiären Begebenheiten. Ja, schade. Aber, ja, eine gewisse Ausweitung der Situation ist schon das Ziel, das stimmt. Das war's. Das Spiel ist vorbei. Der Abpfiff Offenbach gewinnt den A-Junioren-Hessen-Pokal. Und damit ist die Saison für die A-Junioren-Mannschaft von Eintracht Frankfurt vorbei. Das Wichtigste sicherlich der Klassenerhalt. Absolut, das war die Priorität. Glückwunsch an Kickers Offenbach. Aber hätten wir es uns aussuchen können, Hessen-Pokalsieger oder Klassenerhalt, wäre diese Wahl sehr leicht ausgefallen auf den Klassenerhalt. Ja, dann vielen Dank an dich, Anton, dass du hier in der zweiten Halbzeit dabei warst und so viele Einblicke geliefert hast. Auch die eine oder andere schöne Anekdote platziert hast, die vielleicht der Fan so noch gar nicht kannte, wie auch zum Beispiel zu Marc Stendera. Und ja, wir freuen uns da auf jeden Fall auch auf die nächste Saison, werden da die A-Junioren, B-Junioren und die weiteren Nachwuchsmannschaften auch weiter begleiten. Wir sind jetzt erstmal draußen, wünschen euch noch einen schönen Feiertag. Macht es gut und dann würde ich sagen, bis bald und auf Wiedersehen. Wir sind jetzt hier. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.